Ein normales Fahrrad, das gefällt mir eigentlich nicht mehr so. Für mich wahrscheinlich ist das nicht gegangen, oder das sieht das Fahrrad eigentlich erst an. Sieht ja sehr solide aus, das sind CNC-Teile. Genau, die habe ich dann beim Lohnfertiger fertig gelassen, Konstruktionen dazu gemacht. Und die Federung, das sind Blattfedern? Das sind Blattfedern, genau weil die Dreiräder ohne Federung gehen schon fürchterlich ins Kreuz. Auf dem Grund fahren sie durch und federt. Und der Antrieb? Der Antrieb eben Elektro... Das ist ein Kardanantrieb vorne? Das ist ein Kardanantrieb im Hauptrohr drin, damit die Kette und damit es auch von der Länge einstellbar ist, von verschiedenen Fußlängen. jadi blackband alto auftig get harus gとう oder das woüber geht. Felix SPA 16 20